Hallo Freunde, willkommen zurück. Ich bin total in Form und wir machen ein neues Pack Opening. Und wir fangen mal direkt an mit dem ersten Pack. Ohne Gruß hier rumzueiern. Und es ist beschissen, ich habe es schon am Namen gesehen. Ja, 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 ja. Der Mann mit der wilden Mähne am Start hier. Gut, der Mann ohne wilde Mähne am Start gleich hinterher. Und, ja. Ja, also die Gesichter, die drei, die sind schon mal göttlich. Alle gucken, ist ja ganz schön komisch. Gut, oh, hier der Franzosentrainer, der ist ein bisschen was wert. Ich weiß gar nicht, ist er 2.000 oder 3.000 wert? Müsste ich mal gucken. Gut, dann haben wir hier Verträge, Fitness. Schalke, Ball. Na gut, das Pack müsste man eigentlich wieder rauskriegen hier. Mit den zwei 81ern. Ich denke mal, die werden ein bisschen mehr gehen als 400. Feichern wir mal. Und dann geht es gleich mal weiter. Oh ja, der Benzema wieder auf dem Cover. Vielleicht ist er auch mal in den Packs drin. Ja, der alte Ruben hier. Großkreuz am Start. Er sieht auch ein bisschen bekifft aus, oder nicht? Mann, ey, die Holländer. Gut. Verträge. Fitness. Team Fitness. 3, 4, 1. Oh mein Gott, ey. Gut. Sehr professionelle Fotos teilweise hier drin. Wahrscheinlich die besten, die man für das Geld bekommen konnte. Und wir machen gleich mal das nächste Pack auf. Bevor ich hier umfalle. Oh. Er teamt mit Team. Ey, das gibt es doch mal gar nicht, oder was? Na gut. Was soll ich sagen, ey? Ja. Ja. Also er ist die Krönung hier im ganzen Pack, ne? Wenn es nach Schönheit gäbe, dann würde er hier richtig absagen. Gut. Dann haben wir hier Fitness. 3, 4, 2, 1. Stürmer auf Mittelstürmer. Hm. Hm. Andersrum ist, glaube ich, besser. Newcastle-Trikot noch dabei. Aber alleine für diese göttlichen Gesichter, ne? Ich dachte schon, au, was ist denn hier los? Hab ich, ich hab doch noch Platz. Hm. Hm. Ich hab keinen Platz mehr, sagt er mir. Okay. Gut. Dann schicken wir die einfach mal manuell auf den Tauschstapel hier. Und dann machen wir noch ein letztes Pack auf, Freunde. Und jetzt kommt's rein. So. 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 Ja. Maggi. Maggi muss man immer dabei haben. Und den Honda. Der Honda war früher immer schneller, glaube ich, ne? 82 ist, glaube ich, ein bisschen zurückgestuft. Im FIFA 12, glaube ich, war er um die 90. Da war er auch nicht selten. Max 12. Der Mann mit dem Schnäuzer. Ja. Die Frau, die vielleicht eine Frau ist. Dann ein paar Vertragskarten dabei. Kopfball. Ein Stadion. Und ein schickes Wappen, wollte ich schon sagen. Ein schickes Trikot. Können wir hier was speichern? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut. Wir schicken das mal alles hier schön auf den Trade-Pile. Und dann kümmere ich mich mal manuell darum, naja. Schön Fitness. Das ist natürlich im Moment gar nichts wert. Der ganze Kram muss man vielleicht mal ein bisschen halten. Oder über Nacht vielleicht uns die Preise ein bisschen stabilisieren. Heute ziehen natürlich alle Packs wie bescheuert. Ja, Freunde. Wir haben hier schön 50.000 Coins auf... Ne, gar nicht. Wir haben 25.000 Coins auf den Kopf gehauen. Und ich sage erstmal Tschüss und bis bald.